Hallo, herzlich willkommen zum kleinen Video, heute über Wirescheiß und welche Verluste ich damit gemacht habe und meine Meinung dazu, noch ein kleiner Rant überhaupt zu allen Beteiligten und zusätzlich gibt es noch ein Update zum letzten Video, EPR Properties, was mit meinen restlichen Beständen passiert ist und was mit den restlichen Reads aus dem Bereich passiert ist. Jetzt aber als erstes, da es sich ja um ein Finanzvideo geht, das ist keine Anlageberatung, ich bin selbst investiert, es gibt einen Interessenkonflikt und jeder handelt natürlich selbst und eigenverantwortlich mit seinem eigenen Geld und ich habe damit nichts zu tun, also verklagt mich nicht und liebe BaFin, jetzt könnt ihr mich auch nicht mehr verklagen, ich weiß ihr braucht gerade Kohle, nachdem ihr 1,9 Milliarden übersehen habt, aber das juckt mich nicht. Wie immer findet ihr unterhalb des Videos in der Videobeschreibung die Timestamps zu den einzelnen Kapiteln des Videos, damit ihr nicht irgendwelche unnötigen Sachen angucken müsst, die euch eigentlich gar nicht interessieren. Wir fangen an mit dem aktuellen Kurs zumindest zur Erstellung des Videos, danach mein eigener persönlicher Verlust, wie viel das ausmacht in meinem Depot und warum ich eigentlich noch sehr viel Glück im Unglück hatte und danach kommen wir zur Wirecard Anleihe, die eventuell auch noch schöne Optionen geboten hätte, die jetzt aber raus sind aus dem Spiel. Schließlich gibt es noch eine kleine Meinung von mir und ein Rant zu allen Beteiligten der Wire-Scheiß-Aktie und dann noch ein kleines Update zum letzten Video über EPR Properties und den anderen Reads und was damit in der Zwischenzeit passiert ist. Jetzt aber zum aktuellen Kurs der Wirecard-Scheiß-Aktie. Also zurzeit haben wir irgendwie ein Kursniveau von 1,50 Euro oder sowas. Als ich den Screenshot gemacht habe, waren es 1,84 Euro. Ihr seht in den letzten zehn Tagen rechts unten auf dem Chart, wie die Aktie ins Bodenlose abgestürzt ist. Insolvenzantrag ist gestellt. Was soll ich sagen? Alles ist wertlos. Das bringt uns direkt zu meinen eigenen persönlichen Verlusten im eigenen Depot. Bisher gab es da drei Sparplanausführungen. Ich habe direkt in der Krise, direkt ins fallende Messe rein, eine Sparplanrate eingerichtet bei da.com direkt und ihr seht direkt nach dem 23. März oder zum 23. März wurden die eben ausgeführt und danach nochmal April und Ende Mai und jetzt geht es ins Bodenlose runter. Tatsächlich hatte ich persönlich noch ein Riesenglück mit der Wire-Scheiß-Aktie, weil die drei Sparraten, die ausgeführt wurden, waren Minimum-Sparraten. Das heißt A 25 Euro. Beide kommen direkt 75 Euro. Komplettes Investment und dafür habe ich eine Dreiviertel-Aktie bekommen. Ich hätte dann noch die Chance gehabt, nach dem ersten Absturz die irgendwie für die Hälfte wegzubekommen und die kostenfrei beide kommen direkt zurückzugeben. Eine Sparrate mehr ausgeführt. Ich hätte über eine Aktie gehabt, dann hätte ich sogar noch 10 Euro Trading-Gebühr ungefähr zahlen müssen. Für mich persönlich bedeutet das ungefähr ein Verlust im Depot von 0,4 Prozent oder sowas. Verkraftbar, trotzdem nicht schön, Geld verlieren ist nie schön und ich fühle mit jedem, der da richtig viel Kohle reingebuttert hat und das, weil irgendjemand zu doof war, bei einer Bank anzurufen und zu fragen, ob es da ein Konto gibt oder nicht. Irgendwie möchte jemand trotzdem die Verluste wieder reinholen und da wäre die Anleihe eigentlich noch eine super Option gewesen, weil Wirecard hat eben eine Anleihe ausgegeben für 500 Millionen mit Laufzeit bis 2024 und die wird gerade immer so um 20 Cent den Euro gehandelt. Das heißt, man bekommt für 20 Cent eben einen Euro in der Anleihe drin. Und da Wirecard ja jetzt in der Insolvenz ist, wird eventuell die Assets alle verkauft. Die vorrangigen Gläubiger wie die Banken werden dann als erstes mit ihren zwei Milliarden oder sowas ausbezahlt und sollte dann noch Kohle übrig sein, dann wird diese Anleihe mitbedient. Das heißt, wenn dann noch irgendwie 250 Millionen für die Anleihe da wären, dann bekommt man 50 Cent für einen Euro und wenn man nur 20 Cent für einen Euro gezahlt hat, hat man zweieinhalb mal so viel rausbekommen. Noch besser wäre es gewesen, wenn irgendwie die Wirecard Aktie komplett gerettet würde und dann müssten die nämlich 2024 die komplette Anleihe bedienen. Das heißt, man kriegt 5 zu 1 für die Kohle und ihr seht hier bei der Comdirect geben die Rendite per annum mit 48 Prozent an. Das heißt, wenn man dann irgendwie 180 Euro oder sowas für eine Tausendeanleihe reingestopft hätte, dann hätte man entweder 1000 rausbekommen, vielleicht 500 und auf der anderen Seite hätte man eventuell im schlimmsten Fall Totalverlust oder anteilig was von den 180 Euro verloren. Wäre eine super Sache, muss man genau durchrechnen und natürlich eine gefährliche, weil man alles verlieren kann. Aber trotzdem findet das für uns überhaupt nicht statt. Dass wir da nicht mitmachen können, liegt vor allem an zwei Dingen. Erstens eine Mindesteinlage von 100.000 Euro, eine Stücklung von 100.000. Das heißt, jetzt wären es immer noch irgendwie 18.000 Euro für einen Anleihenanteil. Und als Handelspartner wollen die eine geeignete Gegenpartei oder professionelle Anleger. Ich habe keine 2 Millionen Euro rumliegen, die ich irgendwie investieren kann. Ich zähle nicht als geeignete Gegenpartei und ich bin angeblich auch kein professioneller Anleger, der was weiß ich für Millionchen an Umsatz hat. Also mal wieder eine gute Gelegenheit, von der wir als Kleinanleger auf jeden Fall ausgeschlossen werden. Ich danke schön an die Finanzaufsichtsbehörden. Und das bringt uns dann jetzt schlussendlich zu meiner persönlichen Meinung zu Wirecard. Ihr seht es ja schon am Überschrift, was ich davon halt. Also wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Also das sollte jeder mal irgendwann mitbekommen haben. Oder noch besser im Finanzbereich. Sie sahen die Lüge, indem sie etwas taten, auf was der Rest der Volltrottel niemals gekommen wäre. Sie sahen hin. Ist aus The Big Short. Ihr solltet den Film unbedingt angucken. Ist einer der besten Top 5 Finanzfilme aller Zeiten bis jetzt. Also was hat denn eigentlich dieser Vorstand da überhaupt getrieben bei der Wirecard? Ich meine, was soll denn das? Ja, das ist ein Konto oder zwei Konto. Da sollen angeblich 1,9 Milliarden drauf liegen. Wie lange muss man denn bitte studiert haben dafür oder Zertifikate gemacht haben, um bei einer Bank anzurufen, um zu fragen, ob man da wirklich ein Konto besitzt und ob da Kohle drauf liegt? Ich meine, wie dumm muss man denn eigentlich sein? Und genau die gleiche Frage müssen sich eben auch die Bilanzprüfer und die ganzen Prüflinge oder sonst irgendwas von den ganzen Gesellschaften und so auch stellen lassen. Was habt ihr denn da gemacht? Was habt ihr denn da für Profis? Habt ihr studiert? Wisst ihr, wie man Zahlen umgeht? Wieso habt ihr nicht nachgefragt, ob da wirklich ein Viertel der Bilanzsumme überhaupt existieren oder nicht? Und da kriegt man heute dann irgendwelche so Antworten wie, oh, die sind aber nicht für irgendwelche forensischen Sachen oder sonst irgendwas zuständig. Hallo, da geht einem doch der Stift. Ich meine, was soll denn das, wenn man nicht mal nachguckt, ob die Kohle überhaupt existiert? Was soll denn da überhaupt geprüft haben? Und die BaFin sitzt da genau im selben Boot. Warum ist denen denn nichts aufgefallen? Ja, die soll uns ja eigentlich vor solchen Sachen beschützen. Und wie sie dann alle noch auf die Financial Times geschimpft haben, die im Nachhinein als Einzige da irgendwas gesehen haben, was alle anderen nicht gesehen haben, weil die haben tatsächlich irgendwie hingeguckt oder hatten zumindest mal einen Tipp bekommen. Und dann gab es ja sogar noch irgendwie Ermittlungen. Aber gegen wen? Nicht gegen Wirecard. Es ging so weit, dass der Short-Handel sogar ausgesetzt wurde oder eingeschränkt wurde. Ja, aber niemand hat mal irgendwie hingeguckt, auch die Staatsanwaltschaft nicht. Was soll denn das? Was sind denn das für Profis? Wer hängt denn da alles mit drin? Aber dank der BaFin und mir für zwei sind wir natürlich jetzt ausgeschlossen von lukrativen Investments und uns wird eine falsche Version von Sicherheit über Finanzprodukte vorgegaukelt, die ja offensichtlich selbst im DAX nicht existiert. Was soll denn das? Und wir sprechen immer noch darüber, ein Anruf hätte gereicht, um alles aufliegen zu lassen. Ein Anruf bei der Bank. Also ich bin raus bei Wirecard. Okay, langsam wieder runterkommen. Thema vergessen. Anderes Thema. EPR Properties. Ein Update zum letzten Video. Und das heißt natürlich Read und nicht Reiz. Verzeiht mir da. Und natürlich ist es ein Kinoanbieter, der Kinos baut und vermietet und Freizeitparks und Freizeitmöglichkeiten und Schneehallen und Skihallen und Eventgastronomie in Restaurants. Aber vor allem Kinos baut und vermietet. Trotzdem sind natürlich alle Zahlen, die da irgendwie über den Tümpel können, ganz erschreckend. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die zweite Charge auch komplett auf den Markt zu werfen und zu verkaufen. Das geschah tatsächlich relativ zeitnah zum letzten Video. Und hier sind noch meine Shopping-Reads, meine echten. Kimco ist auch komplett draußen aus dem Portfolio. Und genauso erging es auch Stockland. Überall gibt es überall auf der Erde irgendwie steigende Fallzahlen. Und ich weiß nicht. Über den Tümpel rüber und jetzt gerade hier auch Australien oder sonst irgendwas. Ich komme da an keine News ran. Ich vertraue dem Ganzen nicht. Ich sehe EPR eher bei 15 Euro oder sowas per Share. Ich weiß, da werden viele aufheulen. Aber trotzdem, ich habe da das Vertrauen verloren. Ich bin raus. In anderen Reads wie zum Beispiel Sabra Healthcare und Ventas bin ich noch investiert. Bei Ventas habe ich ja nur noch ein paar Aktien übrig gehabt. Da bin ich zu früh ausgestiegen. Bei Sabra bin ich noch voll investiert. Und die anderen, auf die ich auch noch stehe, ist natürlich Weihershäuser, der amerikanische und kanadische Wald. Ich hoffe, da wächst einfach alles weiter und wird irgendwann mal wieder gebraucht und benutzt. Und deswegen sehe ich da größeres Potenzial als jetzt mit Shopping-Malls oder mit Kinos. Also wer hat Lust, ins Kino zu gehen? Ich weiß, nach der Wiedereröffnung war alles voll und überfüllt oder sonst irgendwas. Aber wenn man heute in die Kaufhäuser geht oder sowas, ich sehe nicht viele Leute Geld ausgeben. Die wollen, wenn, dann überhaupt harte Assets, weil bei der Gelddruckerei weiß man nicht, wie es weitergeht. Und mir fehlt einfach das Vertrauen langfristig. Deswegen, ich warte auf bessere Kurse und komme dann wieder rein. Oder ich habe die Chance verpasst und bin natürlich raus. So, das war es mit dem Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare rein. Bei Kritik natürlich auch. Und ansonsten ein Daumen und ein Abo nicht vergessen. Ich bin raus hier. Ich wünsche euch einen tollen Handelstag und eine gute Zeit. Macht's gut. Bis dann. Ciao.